Servus und hallo miteinander. Apple hat die neuen Mac Studios vorgestellt und mit ihnen den M1 Ultra und Max. Apple war so nett und hat mir ein Mac Studio geschickt in der Deluxe Variante, dass ich ihn mal ausprobieren konnte und checken konnte wie sich das mit Audio verhält. Denn machen wir uns nichts vor, die meisten Benchmarks laufen immer auf Video und die sagen uns im Studio eigentlich gar nichts. Der Ultra in der Deluxe Variante mit 20 Core CPU und 128 GB RAM, 64 GPUs Deluxe Variante kostet mit 1 TB rund 6700 Euro. Der Max mit der 10 Kern CPU und den 24 GPUs sowie 64 GB RAM kostet mit 1 TB Festplatte dann 2.990 Euro. Mein MacBook Pro, was ich mir Weihnachten gekauft hatte, nicht besonders überspezifiziert mit 16 GB RAM und 8 Kern, kostet mit einer TB SSD 2.350 Euro. Und der M1 Mac Mini, den ich ganz am Anfang, als die ersten M1 rauskamen, gekauft habe, kostet mit 1 TB und 8 Kern 1200 Euro. Zum Vergleich habe ich auch noch einen Kollegen gefragt, der ein PC hat, ob er auch dieselben Benchmarks machen kann und sein i9 kostet umgerechnet mit 1 TB Festplatte 2.000 Euro. Außerdem habe ich noch meinen alten Mac Pro, die Mülltonne, am Start, der allerdings im Hintergrund im Studio läuft, um mein Audio aufzunehmen. Deswegen muss diese Dose ja halten und den kriegt man ungefähr gebraucht für 1800 Euro mit 6 Kern und 32 oder 64 GB RAM, 1 TB Platte ist alles möglich. Da gibt es Restposten teilweise auch noch mit Garantie. Kann man Schnäppchen machen, wenn man es braucht. Wir werden allerdings sehen, es lohnt sich nicht mehr so richtig. Wie sieht mein Benchmark aus? Ich habe Ableton Live 11 genutzt, habe dazu den Wavetables und mit einem Oszillator im High Quality Modus benutzt, habe darauf den Hybrid Reverb gepackt und darauf nochmal die Multiband Dynamics. Anschließend habe ich die Spuren so lange dupliziert, bis es anfing leicht zu knistern, sprich der Rechner in die maximale Auslastung kam, dass man damit arbeiten kann. Ich habe außerdem das Ganze mit unterschiedlichen Sample Rates und Sample Puppern ausprobiert, um verschiedene Anwendungszwecke zu simulieren. Ich persönlich nutze immer 96 Kilohertz und geringe Sample Rates, weil ich das Ganze möchte, dass es sehr direkt spielbar ist mit MIDI-Controllern. Wer normal programmiert, kommt sicherlich auch sehr gut mit 48 Kilohertz und 512 Samples aus. Und es ist schon beeindruckend, wie viele Spuren da aufgehen. Ich möchte noch den Hinweis vorher geben, dass als der Mini rauskam damals, ich gar nicht so beeindruckt war von den M1-Daten, was daran lag, dass die meiste Software auch noch gar nicht auf die CPU optimiert war. Ableton hat ja erst vor kurzem sozusagen die Silicon-Variante rausgebracht und da sieht man sehr gut, was das gebracht hat. Denn lässt man Ableton im Kompatibilitätsmodus laufen, sprich man erzwingt das Laufen von Rosetta im Hintergrund, schafft das Ding 30 Prozent weniger Leistung. Fangen wir einfach mal konkret an. 48 Kilohertz, 512 Samples. Der Ultra schafft da gigantische 162 Spuren. Der Max 78, der Pro 48, der Mini 32 und mein Xeon, obwohl er ja schon fast zehn Jahre alt ist, 36 Spuren. Der i9 allerdings, mit Abstand die günstigste Kiste sozusagen, schafft 85 Spuren. Geht man dann höher auf 96 Kilohertz, könnte man jetzt darauf gehen, ja, müsste ungefähr die Hälfte zu schaffen sein. Die Umrechnung funktioniert nicht ganz und tatsächlich gibt es da ein paar Unterschiede. Ich glaube, der Hintergrund ist vor allen Dingen in den RAM-Taktraten zu sehen, denn bei unserem Audio schaufeln wir viel Informationen hin und her zwischen CPU und RAM. Das heißt, wie viel Gigabyte man da hat oder wie viel Kurs, ist dann gar nicht so entscheidend. Das Nadelöhr bleibt nach wie vor sozusagen der Frontzeit-Bus. Der Ultra bei 96 Kilohertz und 512 Samples schafft so 88 Spuren. Der Max 46, der Pro 23, der Mini 21, mein Xeon nur noch 13. Frontzeit-Bus übrigens 1.866 MHz. Bei den M1 sind es 4.400. Und der i9 schafft auch knackige 39 Spuren. Schaltet man da noch höher, 96 Kilohertz, 128 Sample, da geht da nicht mehr so richtig viel. Der Ultra schafft gerade mal 32 Instanzen. Der Max 20 Spuren, der Mini 9, Pro hatte ich gesagt 15, der Xeon gerade mal 3 und der i9, das hat mich sehr überrascht, 25 Spuren. 32 Samples ist indes bei so gut wie keiner Kiste möglich. Das knackt einfach so. Fand ich schon ein bisschen schade. Wenn man sich dann natürlich die Frage stellt, was kostet eine Spur, ist das auch ein überraschendes Ergebnis. Die ganzen M1 kosten dabei alle ungefähr gleich. Bei dem Ultra kostet einen die Spur bei 48 Kilohertz und 512 Samples dann 42 Euro, bei den Max 38 Euro, bei dem Pro 49 Euro und bei den Mini 37 Euro. Der Pro fällt natürlich ein bisschen raus, da er aber Monitor, Tastatur, Maus und alles weitere dabei hat, finde ich das eigentlich auch sehr, sehr gut. Zieht man die 96 Kilohertz bei 512 in Betracht, zahlt man dann ungefähr das Doppelte. Der Ultra kostet einen dann pro Spur 76 Euro, der Max 65 Euro. Überraschenderweise, das Pro Book braucht 102 Euro pro Spur und der Mini 57 Euro. Schaut man sich dann die Ultra Low Latency Performance an, wird es nochmal interessanter. Der Ultra kostet einen dann 210 Euro pro Spur, der Max 149 Euro, das MacBook 156 Euro, der Mini 133 Euro. Der Xeon kann man eigentlich fast vergessen, der will 540 Euro pro Spur. Der Gewinner im ganzen Preis-Leistungs-Verhältnis ist natürlich ganz klar der PC. Der kostet einen, in diesem ganzen Vergleich, 76 Euro nur. Bei 48 Kilohertz und 512 Samples sogar nur 23 Euro. Also es ist rund die Hälfte gegenüber den Macs. Allerdings, man muss sich dann mit Windows auseinandersetzen und wir wissen alle, nach zwei Jahren muss man so ein Windows-Betriebssystem eigentlich plätten und neu aufsetzen, weil das wird, das leckt immer mehr. Naja, bei meinem Apple, bei meinem letzten Mac Pro, da habe ich das Betriebssystem fast neun Jahre mit mir rumgeschleppt und der Unterschied, als ich es dann nochmal neu aufgesetzt habe, als ich mir selber eine SSD eingebaut habe, war dann gar nicht so gigantisch. Wichtig ist auch noch zu wissen, vielleicht als Randinformation, in A-Builden wird sozusagen jede Spur als einzelner Thread behandelt. Das heißt, die meisten Kerne bieten zwei Threads an und wenn man dann sozusagen eine kritische Grenze erreicht, dann ist sozusagen die Spur, die die meiste Leistung braucht, das Nadelöhr. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen mithelfen. Wenn ihr schauen wollt, wo ihr mit eurem aktuellen Rechner steht, empfehle ich euch einfach, Ableton Live in der Demo-Version herunterzuladen. Macht das einfach auf, packt den Wavetable-Sentralen, macht den High-Quality-Modus an, packt das Hybrid-Reverb drauf, packt die Multiband-Dynamics drauf, stellt die entsprechende Sample-Rate und den Sample-Puffer auf und dann dupliziert und schaut, wo euer Rechner kollabiert. Geht, wie gesagt, mit der Demo-Version ohne Probleme. Ihr könnt es nicht speichern, braucht ihr nicht, dann habt ihr euren Test, wisst ihr die Zahlen und könnt es nochmal vergleichen. In den Side-Notes von dem Video werde ich auch nochmal die Daten direkt reinpacken, falls das jetzt euch zu schnell ging. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch helfen und viel Spaß beim Musikmachen.